Sowohl in der ersten Umfrage als auch in der zweiten Umfrage und in den Kommentaren haben wir schon öfters gelesen, dass ihr gerne mal so Outtakes sehen würdet, die wir ab und zu mal an die Videos mit ranschneiden. Und deswegen machen wir dieses Video. Wir können uns einfach mal sagen, ob ihr das cool findet, wenn wir das nochmal machen würden oder ob wir das eher lassen sollten. Aber das sind jetzt wirklich nur 10, die wir verkackt haben. Du musst irgendwo reinfahren, Mann! Stopp, stopp, stopp! Ah! Ist er kaputt? Nö! Echt nicht? Sehr gut! Alter! Alter! Was bist du denn für'n... Was ist er denn für'n Spacken? Alter! Wo ist mein Auto noch ganz? Ankunft, deshalb begegne... Ach, 1, 2, 3, 1, hab schon zahlt, ja. Okay, warte. Wurz' Pause. Zugriff erfolgt. Oh, Scheiße, jetzt hab ich mich verlässt. Ich wollte jetzt was anderes sagen. Ja, sag einfach Zugriff auf meinen Kommandos. Reicht auch. Das sind Unpositionen, wir haben noch die Ankunft, auch die Zeit nach oben ab. Ne? Ne. War nicht gut. Ich dachte, das wär's mit... mit schönen... Was machst du da, Mann? Überfuckst du? Drei, zwei, eins, go! Scheiße, das hat schon mal gut geklappt. Oh, Mann, ey! Scheiße, was fahren denn hier alle? Oh, 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 oh Ich find das, die Begrüßung ist irgendwie nicht so gut. Was ist denn? Irgendwie störe ich mich an der Begrüßung. Äh, drück ihn, Mann! Ich bin da! Ja, ein bisschen weiter vor meine ich jetzt. Ja! Nee! Dazwischen! Ja! Nein! Ungefähr, ja, passt schon. Ja, so ungefähr. Ich kann mich auch nicht hinsetzen. Ich kann mich nicht setzen. Ich mein, ihr müsst ja miteinander reden, weißt du? Und so, wenn du halt so dahinter sitzt, ist das dann wirklich ein bisschen... Waaah! Boah! Da wurde gemeldet. Data und ich sind heute als Dapu und Dadshot unterwegs. Mhm. Und ihr wisst ja, ne, wir sind allgemein... bisschen... Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wollen wir das vielleicht, äh, in nem schnellen Satz bringen und nicht in nem zwei Minuten Intro? Und aktive Kupi, ihr könnt euch auch alles verliezen, aber hä? Gut, das, das, das musst du aber nochmal jetzt hier, ne? Äh, alter! Was für Liga Stille gehabt ihr als Abonnenten? Da kommt doch kein Schlimmer oder so. Leider wusste ich keinen. Ne, nochmal. Leider wusste ich... Achso! Scheiße, das Mensch in ihr Gehirn, das ist so gut raus. Nächste Frage, bitte. Okay, ne, das klang ein bisschen zu traurig. Das klingt mehr so wie, äh... Ja, ich schalte eh gleich ab. Du guckst mit dem Kopf so kacke nach rechts. Timo, Mann! Wo bist du denn? Ja, perfekt, nein, jetzt guckst du zwei nach links. Aber erst mal aufschrei... Aber erst mal aufschreibe. Ja, was man hat, das hat man. Nein, Mann! Aufschreibe. Das ist gut. Aber was hat das... Aber was hat das bei dem... Aber was ist das... Aber was ist das... Aber was ist das... Was ist das... Gott, ich mein Deutsch, Alter! Was hat das... Ist dir die Zunge umein geblieben? Was für den Mund auf den Kopf ist. Aber was ist das... Das ist halt das Problem, wenn die Zunge da nicht... Wofür rauskommt. Du musst das so witzig sagen. Ey, Leute! Das macht dir doch jetzt nicht... Brich dir doch keinen ab, hier, Mann! Mach das doch... Musst du witzig sagen! Musst du witzig sagen! Ey! Steck zwei Kühe auf der Weide! Und das witzige Ergebnis fiel auch wirklich knapp aus! Hier witzige Frage rein! Also wir haben nämlich wirklich geile Sachen auf jeden Fall! Welche denn? Hä? Welche denn? Wie... nein... Ja... War das jetzt dein... War das jetzt eine Frage an mich oder war das dein LP hier? So hast du angefangen! Ja, natürlich! Welche denn? Wie ist das auch noch nicht abgeschlossen? Backstreet Boys! Das kommt eigentlich gut! Dann machst du... Dann machst du... Dann machst du... Dann kommst du Backstreet Boys! Ach so, schade! Guck dich mal ein bisschen mit dem Kopf um so! So, hä? Schneller? Ich weiß auch nicht! Das sieht total scheiße aus! Als ob sich der Typ gegen weigert, weißt du? So, der Kopf geht aber... Die Augen bleiben halt so gerade, weißt du? Guck mal, müssen wir da nach links wieder? Freilich guck ich aus! Hast du die Hand gehabt? Ja! Ja! Jetzt musst du aber irgendwie noch... Noch nach... Nach Wasser schreien oder so! Schreie nach Wasser! Muss durch den Mund zoomen! Das ist die perfekte... Du sagst immer Hallo! Hallo? Hallo? Ist das noch da? Hallo? Leider wiesle ich keinen! Du bist das Üso! Ja! Das ist eine Wüste! Mit Doppel S! Wüste ich keinen! Aber auch die beiden letzten Jahr immer mehr zu tun! Du hast glaube ich jetzt... Du hast ein Die vergessen! Echt? Ist mir gerade aufgefallen, ja! Aber auch die... Die beiden... Da steht zwar mal ein Die! Hey, warte! Warte, 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 warte! Doch, ist richtig! Da stehen wirklich die, die beiden! Alles klar! Und die Frage... Fiel sogar relativ knapp aus! Nee, nicht die Frage! Die Antworten! Die Fra... Ja! Stimmt! Die Frage war gar nicht so knapp! Ein Kucken... In Delta... Sein Gesicht! Jo! Deutsch! Ja! Mach's doch schon! Ein FAQ-Switch... Bäh! Ja! Nicht schlecht! Kann man nehmen! Ja! Kann man! Ja! Hol die... Hol die mal bitte zurück! Wie sie auf Kommando alle zu stehen bleiben und sich umdrehen! Hahaha! Ich finde dauernd eine andere Haarfarbe am Gesicht! Hahaha! Er hat keine Haare momentan! Hahaha! Hahaha! Die Haare fangt auf! Aufm Weg! Hahaha! Hahaha! Du hast so oft gerauft, Jahre! Los, jetzt fang du an! Du sollst deinen Satz... Welchen Satz? Du hast doch nicht verstanden, was ich wollte, oder? Hä? Und meine Nummer ist? Ja! Und dann sagst du so drei erste Buchstaben, so wie ich? Hört irgendwie so eine Vorwahl von dem Handy? A, B, C, D, E, F, G... Von der Vorwahl! Du hast Buchstaben gesagt! Ich hab gesagt Vorwahl! Du hast die ersten drei Buchstaben, hast du gesagt! Hahaha! Du hast gesagt, du sagst deine ersten drei Buchstaben! Oh Mann ey! T, I, M, O... Einmal ein Video drehen ohne Kleinkind! Das wäre echt ein Traum! Wieso ein Kleinkind? Sagte er und lachte sich ins Fäustchen! Pfff! 0174! Nein, du hast keinen Satz gesagt! Du musst mir bitte jetzt mal ganz einen Satz sagen! Hahaha! Und meine Nummer ist? 0174! Hahaha! Hahaha! Und meine Nummer ist? 0174! 0174! Ich glaub du hast echt nicht verstanden, was ich wollte! Habe ich jetzt so lange das Gefühl! Aber auch die, die beiden letzten Jahr immer mehr zu tun! Da hast du grad das Spiel vergessen! Du hast grad das Spiel vergessen! Du hast grad das Spiel vergessen! Echt?! Hahaha! Es ist so schwer! Einfach Wörter zu lesen, die in keinem Zusammenhang stehen! Das ist so schwierig! Ja! Mehr Sex, weniger reden! Hahaha! 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 Das kann man mal! Du meinst! Ja, dann kann man ganz tief! Mehr Sex, weniger reden jetzt! Hahaha! Hahaha! Hose ist schon offen! Jaja! Wer sagt, dass du überhaupt einen anhaben! Hahaha! Hahaha! Ich hab's gehofft eigentlich! So! Wieso? Oha! Nochmal! Weiß nicht genau wie er heißt! Auf jeden Fall steht bei dem Server aus! Weil Jets, Panzer, Panzer, aktive Cops! Ihr konntet euch auch die Polizisten einloggen! Drei bis viermal im Video anzeigen! Die zweite! Hahaha! Die zweite? Warum sagst du immer die zweite danach? Ne, das war die erste eben! Jetzt müssen wir nochmal anfangen! Weiß nicht genau wie er heißt! Ja! Was war das geilste? Ich sag mal... Ich fand das zweite nicht schlecht! Meine Stimme war die geilste! Hahaha! Und würdet mich auch andere Videos anschauen! Alter! Das hört sich... Das ist einfach so... Weißt du... Dein eigener Kopf sagt so... Ne, sag das nicht! Das ist so falsch! Und würde mich auch andere Videos anschauen! Bitte keine Facecam... Scheiße! Haha! Das ist auch ätzend, wenn man irgendwas immer und immer wieder lesen muss! Hahaha! Hahaha! Hauptsache du nimmst ihn mit und die Waffe liegt einfach nur noch da auf dem Boden jetzt! Hahaha! Hahaha! Also... Drei... Zwei... Eins... Aber! Aber! Das schallt! Nee! Drei... Zwei... Eins... Aber! Aber! Hahaha! Okay, wir legen das... Dein Aber hat sich grad so dem nicht angehört! Du Arsch! Alter! Aber ich bin grad verjagt doch! Hahaha! Du wusstest doch, dass das denn kommt! Ja, aber ich durfte nicht, dass es direkt einschlägt! Hahaha! Dachtest du das mal noch rumweg oder was? алteist du! Ja, auf! Na, na, na! Bis zum nächsten Mal.